Sehr verehrte Internet-Kicker, ich begrüße euch herzlich wieder zurück zu Tool & Wolves mit Dr. Schröber und Jekyll Flashhammer. Hallöchen! Hallöchen! Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und der Wollöschen Unterhaltung frönen. Der Wollost? Oder so. Ja, ne, der gepflegten Unterhaltung. Der gepflegten Fröhnung sich, Wollös sich ergeben. Nein, nein, hör auf zu reden, hör bitte auf zu reden. So, ich hab immer noch keine Steine im Sack. Nee, ich hab auch keine für dich eingesammelt. Ich hab gerade eben so einen wunderschönen Kiln hier legt, den habt ihr leider nicht gesehen, weil ich die Aufnahme nicht anharte. Ich bin hier so ein Linksschwenk und dann, ah, ich bin ein No-Scope, naja, gut, das war ne Schade. Der war im Hals. Linksschwenk, No-Scope, Hammerfett-Bombe-Krass. Der ist einfach so weggesplädert. Wir sind übrigens nicht in unserem Biom. Obwohl es so aussieht. Ähm, ich geh mal ein Mais mit. Auf der Karte, ja. Achso, ja, kurzer Blick auf die Karte, ist ne gute Idee. Wir sind hier, wir sind ein bisschen weiter gelaufen. Und, äh, das ist nicht unser Biom, obwohl Schrober das behauptet. Ist es aber nicht. Ja, oh. Oh, Mann, ey. So sieht's leider aus. Äh, wir hoffen natürlich hier irgendwas zu finden. Jo. Ein Stein zum Beispiel. Ein Stein. Ja. Gut, äh, ein Stein wäre natürlich nicht schlecht. Wieso denn ein Stein? Ne, für Pfeile? Ah ja, klar. Wollt ihr mal wieder ein bisschen Aufmunterung von Munitionslager? Es sind relativ viele Zombies, irgendwie halt gerade hierfür. Gut, wir waren hier noch nie. Wir haben schon ein bisschen Lärm gemacht. Ich hab, äh, wir haben beide was. Wir stinken, beide. Stinken, stinken nicht in der Tasche, ne, so. Da ist ja hier der Spaß quasi vorprogrammiert. Mhm. Die hat Brass in der Tasche. Ich will hier, komm mal her. Ich will die komischen Blumen nicht haben. Ja, schmeiß hin. Liegt. War weg. Super. Äh, gut. Lass uns weiterloben. Ich frag mich immer noch, was Zombies mit Glas in der Tasche wollen. Ja, oder mit Trophäen. Ja, stimmt. Munition, okay. Im Körper kann ich ja noch nachvollziehen. Steckt noch, so quasi. Ja, genau. Gehzündung. Hat doch immer. Hier war noch ein Schwein, hab ich gerade gesehen. Wie ist es? Wie ist es? Oh, das war auch so ein schöner No-Scopey. Da ist er weg. Scopey. 17 Raw Pork. Allerdings muss ich zu ihm, ich hab erst... Wie viele Eier haben wir jetzt? Ich hab 20. 20 Eier. Das reicht ja dann nicht. Die sind doch weniger, äh, Nester irgendwie, ne? In dem Biom. Hab ich auch so, das Gefühl, ja. Und das schreib ich dir sofort. Das ist mir auch irgendwie komisch. Oder... Wir gucken vielleicht einfach auch nicht ordentlich. Das könntest du auch haben. Also ich zumindest nicht. Ich bin da, ähm... Mit Nestern eigentlich eine absolute Blindpese. Was das angeht. Aha, okay. Oh. Oh, Stunt, Stunt, Stunt. Kommst du klar? Ja, klar, logisch. Kein Problem. Hab doch ein Spike-Club einsteckt. Hätte dich irgendwie sie gehabt. Ey, lass das schwein, Mann. Oh, wie kann ich denn so daneben schießen? Hm. Magnum Part. Alles alle? Nein! Gerade jetzt Position an. Nicht bedacht. Minus eins? Warum habe ich denn Stamina minus eins, Alter? Wellness und Stamina minus eins? Nee, nee, nee. Wellness, äh, hier, Dinges. Warum? Äh, essen, trinken. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich hungrig bin ohne Ende. Naja, doch. Über längere Zeit hungrig, äh, führt zu. Ah, okay. Führt dazu, dass du, du tust deinem Körper ja nichts Gutes. Ne? Ja. So, dementsprechend sinkt deine Wellness. Da hinten ist noch ein Hirsch. Und ihr fragt euch, warum ich den Doktor Schröber nenne, hä? Fragt ihr euch. Das ist noch ein Schwein. Fragt euch lieber nicht. Oh, jetzt ist der gut. Und? Ich will jetzt Schwein jetzt haben. Koste erst, was es wolle. Hier hinten ist noch ein bisschen Mais. Gut, also vorhin die Idee, den Mais einzusammeln auf dem Weg, der war gut. Aha. Wer konnte denn ahnen, dass wir hier so einen riesen Ausflug machen, ey? Ja, gut, stimmt wohl. Okay. Noch ein Hirsch. Warte, tut mir leid, den muss ich mitnehmen. Ne, mach. Mal kriegen würde, den Kollegen. Mittlerweile könnte unser Mais zu Hause auch, äh, bereits, jaxen sein. Und der Kaffee und die Kartoffeln und der Goldenrod und... Kartoffeln? Ja. Hatten wir Kartoffeln, ja? Wir hatten Kartoffeln, ja. Aus der großen Stadt mitgebracht. Aus der Westernstadt. Hattest du die eigentlich leer gemacht? Also, also nicht so wirklich, ne? Hast du dann ja irgendwann nur noch die... Ja, aber da waren viele... ...Billy-Grundstücke voll. Ja, ja. Viele Häuser waren da jetzt aber nicht mehr. Okay. Also lohnt sich nicht da jetzt irgendwie irgendwann nochmal hin? Ja, irgendwann sicher, aber... Da war ja auch... Respawn. Da war jetzt auch nicht so wirklich... Sag mal so, jetzt... High-Loot-Punkte, sag ich jetzt mal. Hm. Waffenkiste oder so. War jetzt nicht dabei. Nee. Schade. Ja, stimmt. Überall diese Militär-Camps und so weiter. Hier vorne ist noch ein Schwein. Tja. Hier vorne, Benny? Ja, Mario. Wie einfacher ist es... Es ist doch, den nur kurz anzuklicken. Oh, hier ist was. Waffen. Häuschen. Waffen, 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 Waffen. Häuschen, stimmt. Ein einziges Öres. So vorkommen. Tatsächlich. Nee, da ist noch ein bisschen mehr. Ja gut. Area 51. Meine Taschen, die sind voll. Ja. Meine hoch. Ich räum schon Gläser von einer Seite zur anderen. Oh, hier ist Essen. Lampration, Can of Cat Food, Can of Dog Food. Alle drei in Zern. Hier ist nur so ein Schrottplatz scheinbar oder so. Okay. Oh, komisch. Eh ein Haus. Was? Kommst du denn her? Hey, du. Hast du mal meinen Rücken decken? Nicht da irgendwie... Ich bekomme jetzt noch zweimal Dosenfutter für dich. Dosenfutter? Ja. Ja, also hier... Ähm... Nee, wir müssen... Im Kattenfutter... Ja, mal gucken. Ah! Ja. Hast du Hunger oder hast du keinen Hunger? Nein. Das ist doch hier die Frage. Ja, doch. Kein Hunger. Doch, aber... Ich esse Animal-Fett. Kann man nicht essen. Würde Sinn machen. Hm. Oder rohe Eier. Rohe Eier. Da gibt's ein sehr schönes Lied von M. Reinhard Gräbe. Aber... Lassen wir das. Die kann nicht singen, den willst du... Nee, nee, nee. Wie, aber wie heißt das? Wie heißt das? Rohe Eier. Das ist eigentlich nur zwischen zwei Liedern. M singt er das mal. Da singt er haufenweise kleinere Titel wie... Meine Katzen heißen Lothar und Matthäus. Sie sind beide kastriert. Miau, miau. Nur so ein Blödsinn. Und da gibt's unter anderem ein Lied, das heißt Rohe Eier. Okay. Musst du mal gucken. Kleinkunst. Ich weiß ich jetzt gerade nicht irgendwo. Kleinkunst in irgendeinem Keller. Auf jeden Fall hört sich das sehr witzig an gerade. Ja, ist es. Naja. Wird schon witzig sein. Wenn Schröber sagt, das ist witzig, das ist witzig. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Sucht das. Der ist reiner Gräbe. Der ist tendenziell sowieso lustig. Hät ja jetzt auch nicht jeder. Nee? Nee. Okay. Der Brandenburg-Song ist doch nicht mal bekannt. Der wird schon vielen was sagen, aber... Dass er von Rainer ist, wird dich jetzt nicht jeder wissen. Mhm. Gut. Gib ich dir recht. Hier oben ist doch bestimmt ein... Ey, jetzt greff noch nicht mal mehr diesen Hirsch. Das ist doch... Das ist doch alles... Das ist safe. Soll ich dich irgendwie beschützen oder so? Nee, das ist Quatsch. Ja, hier oben drauf, da kann nichts passieren. Ander denn ist ja super. Ah, le duuut, Schröbi. Röbchen. Schröber. Weiß es. Schröber. Er ist doch wieder. Echsen. Echsen. So, reloading weekly. Ah, das kann eigentlich nicht... Kann nichts sein eigentlich. Nee. Nope. Ich hätte ja nochmal hier so ein bisschen Scrap-Zeug anzubieten für dein Inventar. Vielleicht können wir noch irgendwas zusammenbauen. umschmeißen. Ah, können wir bestimmt. Ich habe gute... Bullets eingesammelt hier. Casings, oder? Oder... Oder richtige Bullets? Äh, Casings, ja. Casings. Okay. Dann kann alle Rezepte schon. So scheiße. So, das war halt doch schon wieder, oder was? Das kann nicht sein. Das ist echt... Relativ dünn hier, ne? Und geht die Straße so straight geradeaus, ey? Wir müssen mal wieder nach... ...nach Süden zwischenzeitlich. Wir können ja hier jetzt schlecht überleben. Äh, 19 Uhr, ne? Je, je, je. Kriege ich ein Bier in der Tasche? Ja. Hast du echt ein Bier in der Tasche? Ich habe zwei Bier in der Tasche. Ähm, dann... Lass uns... Lass uns mal tracken, tracken, die Geschichte. Warte, ich muss erstmal kurz noch wegschmeißen. So. Äh... Wo ist das Bier? Danke. Warte. Äh... So, Stößchen zwei, oder was? Stößchen zwei! Kling, 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 ah! So. Ab nach Himmel. Wuuuuhn. Ab nach Himmel, sagt er. Der hängt ein Zombie über einen... ...andern Zombie? So, den er tötet? Oh! Was passiert? Nichts. Ah, hier wäre auch gleich eine Kreuzung gewesen. Oh, er holt die Schroffelte raus. Da kann... Kann sein, dass... ...warst du in Bredouille. Ja, nur kurz. Ist ja komisch, hä? Hast du denn auch noch einen Weg hier? Geil. Also du bleibst da, ich loof nach Hause. Nee, nee, ich loof den Weg... Ich loof den Weg straight nach Hause. Wir machen doch alle, was ich will. Wir machen doch eh alle, was ich will. Wir machen doch alle, was ich will. Weißessen zwischendrin. Ich meine, das ist nochmal so ein großes Wald. Das ist der ausgerüstetig gelohnt. Waldbiom, ja, nee, der war eigentlich für den Arsch. Ja, ein Stück weit, aber gut. Er war für den Arsch. Ich muss das probieren. Hallo? Oh, gut. Wollen wir mal, ist denn das... ...känkt das Biom hier? Känkt noch nicht. Ah, ich mach einen kleinen Schwenker. Ich hab noch kurz noch ein Schweinchen erlegt. Nimm doch das Essen gleich noch mit, weil es hier auf dem Weg gerade mal so umliegt. Ja. Durchsicht von 20 Schuss Schmottflinte. Ja, da müssen wir wieder poolen nachher, aber gut. Ja, ja, du. Besser poolen als gar kein Essen? Richtig. Richtig. So sieht's aus, ne? Richtig. Im Notfall halt doch einfach mal... ...die Fresse halt. ...die Katze essen. Nee, das war... ...die Katze essen. Schwierig. Bist du Alf? Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Du bist Alf. Er ist gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Alf? Hm? Um zu wissen, wie Katzen schmecken? Beispiel. Alles schön. Oh, mein Wagen grummelt nach dem Katzenfutter. Ah. Oh, okay, ähm, ja. Ja. Äh, ich hab Häuser erfunden. Alex, ich bin ein bisschen leicht abgedriftet, falls du mal die Karte bemühst. Hm, das kann ich grad nicht, weil ich bin nämlich grad unter Wasser und würde das sonst sterben. Im Geschehensbeautos, jetzt bin ich gespannt. Ah, okay. Kann sein, dass ich übernachten muss. Aber hier könnten wir eigentlich nur nochmal her. Und da ist er, der Bohrer. Nee, war ein Spaß. Hm. Pff. Nee, war gar nix. Das war nix. Äh. Echt komisch. Also, entweder liegt's wirklich am MPC oder ansonsten irgendwas. Ich hab Frame-Einbrüche von über 20 Frames. Von einer Sekunde auf die nächste. Äh. Hörst du mich denn nochmal ganz normal jetzt, oder? Jaja, das läuft. Hm, hm, hm. Das ist ein kleines Survival-Camp, das können wir uns später mal vornehmen. So ein Elch blutet doch irgendwann aus, ne? Wenn man eine Schrotflinte anschießt. Ja. Irgendwann. Irgendwann. Stimmt, er haut da hier ab. Elchi, 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 Elchi. Puti, puti, puti. Er ist zu weit weg. Also, Essen haben wir denn erst mal wieder. Oh, jetzt hat er mich doch mal geschlagen. Ich lass ihn aber liegen. Lass ihn liegen. Den Kollegen. Den Kollegen, äh, Spider. Den Dickner gesehen. Keine Angst. Hallo. Oh, wie hab ich's trotzdem noch recht? Der mir hat gerade irgendwo einen Spider-Zone geschrien. Und ich seh ihn nicht. Muss irgendwas essen. Ich muss irgendwas essen. Ist er nicht noch Mais? Nee, er hat schon aufgelassen. Der hält echt überhaupt nicht lange vor. Nee, das bringt wirklich gar nichts. Aber ne, gut. Um den ersten Hunger mal zu stillen, okay? Ja, war. War, war, war. War, war, war. Ich bin schon abgewöhnt, die Nägel immer mitzunehmen hier. Oh, ne Flashlight. Wieso liegt denn hier ne Flashlight? Haut ab. Einsammeln, umwandeln, wofür auch immer. Ja, wiss ich jetzt auch noch nicht so. Ich hab mir das Gefühl, das liegt auch an diesem Biom hier mit den Frames. Ist natürlich klar, dass das, wenn, wenn bei mir wenig Frames sind, dass bei dir auch irgendwo wenig Frames kommen. Aber du spielst ja bei mir auf dem Rechner quasi. Ist richtig. Weil ich bin jetzt zum Beispiel gerade bei relativ konstanten 30 und war gerade eben kurzzeitig auf 12 runter. Tja, gut. Auch Magnum Zylinder und Magnum irgendwas anderes. Echt jetzt? Magnum Parts und Magnum Zylinder. Fehlen bloß noch zwei Teile, ne? Ich glaube, wir haben ein Teil, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich verwechsel das immer zwischen dem E- und den anderen Let's Play. Weiß ich nicht. Aber mitnehmen ist natürlich Pflicht, ist klar. Das ist ja wohl ganz klar. 19.52, 19.52, ich bin gleich an der Biomskretze, gut. Oder es liegt daran, dass wenn du bei mir bist, ist ja die Karte kleiner, die er laden muss. Ja, okay. Dass wir, dass wenn du so weit weg bist. Mhm. Ja, natürlich mehr Läd, das kannst du haben, Digga. Das kannst du haben, ne? Ja, gut, wenn du hier abhaust vor mir, kann ich auch noch schlafen. Ja, gut, stimmt, da ist. Wo bist du überhaupt? Wo bist du? Etwa nicht getrackt. Ich stehe hier irgendwo auf der Straße rum. Oh, noch ein Spider. Ich bin schon noch zu bunt hier, my friend. Tja, schwer zu sagen. Bei mir bist du Richtung zu Hause. Mhm. Aber bist schon da, oder? Nee, nee, ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin wieder in unserem Biom. Jetzt hier aber nicht den Berg hoch, das ist mir auch zu blöd. Ja, jetzt komme ich dir immer näher und die Fremschen hoch, ja. Das kann sein. Gut. Okay. Bis nächstes Mal. Also in Zukunft nicht mehr so weit. Du bleibst schön an meinen Hacken. Hm. Hm. Oh. Das ist so erstrebenswert, das weiß ich nicht. Naja, es wird schon gut. Es wird schon werden. Boah, es ist eine schöne zerklüftete Hügel im Landschaft hier. 20 Uhr. Ich bin eigentlich immer noch wie so linke tote Zombies. Äh, ich könnte nur von mir sein. Wo bin ich? Bin ich überhaupt... Wer bin ich? Was mache ich hier? Und warum wächst hier ein Felden einfach so in die Luft? Ey, wie kommst du hierher? Bist du am Wasser langgelaufen? Äh. Weiß nicht mehr, wo du bist. So da hinten irgendwo. Ich bin einfach mehr oder weniger immer in Richtung nach Hause. Ach so, du bist dann wahrscheinlich gerade durch auf die Hügel. Oh, hier ist ja auch noch schön Material. Ich wollte aber trinken. Immer noch. Noch ein Hirsch. Wer haben wir denn jetzt? Werfen wir halt essen an. Ich habe Hunger. 31. Schmeiß mal einen Braten in die Röhre, Junge. Ich habe Hunger, Junge. Aber ich habe es gescheit. Richtig, ein Stück Fleisch essen hier. Ich habe es gescheit, Mann. Ja, mache ich hier die mit dem... Ich möchte jetzt noch ein paar Kartoffeln, Tüften. Tüften, Kartoffeln. Kartoffeln. Dann isst sie, stampft sie, tut sie in die Suppe. Ja. Gut, Mario. Schön. Ich weiß. Ja, ja. Das ist wie der Herr der Ringe zitiert. Teil 2, bitte. Ganz wichtig. Entschuldigung. Die zwei Türme. Ja. War das jetzt falsch, halt. Nee, das ist 100%ig korrekt. Das ist ja, was ich da sah. Alles, was du sagst, ist richtig. Ich glaube, ich sehe unsere Baumfarm. Sowas wächst hier nicht. Ah, home, sweet home. Ich lauf hier schon über... So viel Sehnsucht lauf über die schlimmsten Hügel rüber hier. Und hier ist ein... Oh Gott. Da habt ihr euch erschreckt, ne? Haha, aber nicht Fleischhaber. Fleischhaber. Bremst früher noch ab, um nicht in den Abgrund zu fallen. Hier ist es gleich noch einer bestimmt. Ihr seht, komm. Nee, Glück gehabt. So, wenn du nach Hause kommst, sollte schon irgendwann am Braten sein. Ich wollte noch mal kurz zum Feld. Ich würde so ein Maisbrot, äh, mit, ähm, Bohnen, Bacon, Eggs. Und, äh, haben wir Käse noch? Kies? Nee. Kies ist gerade out. Nee, müsstet ihr später noch Kühe geben. Kühe? Ja. Ja, Kühe, Milch, Kuhfleisch. Ach so. Ach, du willst gleich auf die harte Tour. Okay, ja, klar. Naja, also rein, rein theoretisch. Ich hab dir recht. Müsst du da kommen. Warum sollen die... Warum sollen hier Schweine und Elchi überleben? Ah, gut, du packst dir so fein mit dem Arsch, Elchi. Alter, so ein Elch, aber was hält denn der aus, ja? Der hält ein bisschen was aus. So ein dicker Zombie-Elch. Oh, ich glaube, ich hab gerade denselben Fehler mit den Kartoffeln gemacht, wie du mit dem Kaffee. Alter, Alter, nee, hast du voll den Inventar gehabt? Ja, hatte ich. Aber ich hab nur teilweise gelootet, nicht alles. Sehr gut. Ja, das ist trotzdem blöd. Das war auch ein ironisches, sehr gut. So. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie noch ein dritter Kämpfeier machen wollten. Im Wechseln immer zwischen den einzelnen Kochutensilien geht mit tierischen Utensilien. Ja, dann machen wir das natürlich, ist ja klar. Schröber. Ist am Kochen, hört man ganz deutlich. Ich hab noch nicht mal eingefangen. Freu dich nicht zu früh. Ist noch nicht fertig. Gut, was hab ich? Ich hab sechs Venge, sechs, neun Hasen und 27 Schwein. Gut. Ist jetzt nicht negativ. Ist nicht negativ. Ich hab 31 Venge, sechs Pork, 20 Eier. Ich hab noch irgendwas. Wir haben hier auch zwölf Kaffee. Ich pflanze den direkt wieder. Ja. Dein Inventar? Ja, ja, ne, 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 wir hatten gerade drüber sprachen, deswegen Heiko nochmal extra. Gut. Schön, da fällt mir trotzdem eh ein Kaffee ins Nichts. Naja, gibt Schlimmeres. Ich hab jetzt noch zwei Kaffee, die könnten wir auch... Ah, die pflanze ich jetzt hier. Pflanze, erstmal einen. Oh, okay. Neu Kopf. Nein. Echt denn? Nein. Was ist denn hier los? Okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind zwei Kaffee kaputtiert. Über den Jordan hier? Über den Jordan, ja. Ah, sehr gut, an den Jordan. Gleiche machen wir nochmal mit den Kartoffeln, die werde ich auch nochmal pflanzen, ne? Aber ohne Jordan diesmal. Bitte. Okay, das ist jetzt schwierig. Bitte, bitte, mit Zuckerguss auch noch. Ähm, kannst du was in den Kisten legen und so? Was kann ich? Kannst du was in den Kisten legen? Ja. Und dann? Soll ich nochmal rauskommen? Ne, war jetzt nur die Frage, ob du das an sich kannst, denn ich hab hier Kartoffeln gepflanzt, aber es stehen keine Pflanzen. Hm, vielleicht kommen die ja später. Ja. Hast du jetzt, hast du jetzt noch Kartoffeln, äh, ein Stückchen? Ja, hier, nimm mal. Ich hab acht. Und nochmal sieben Kartoffeln. So, kümmer du dich mal drum. Denke bitte dran, es ist, oh, ich hab minus, minus ein Health jetzt schon, minus, minus, maximum wellness. I'm dying. Nicht cool, so, nicht, nicht cool. So, was haben wir denn hier noch? Erstmal ausleeren. Dann machen wir hier die Porkies drin und die Skinnies und die Venis-schissississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ Katsch mich doch nicht voll. Leg mal erst mal kurz die Tür zu. Gut. Nehme hier mal das Vengeon gleich raus. Yummy, yummy, yummy. Das tut gut. So. Ich muss auch nochmal ein Vengeon essen hier. Mach das. Bitte. Der Rest liegt in der Essenskiste. Super. Bacon and Eggs. 12 Mal Bacon and Eggs. Das mischt es. Wie heigt der jetzt verloren hier? 142. Ja gut, insgesamt drei. Drei Wellness-Punkte. Das kann man aushalten. Das geht ja noch. Ich denke auch. Ich bin immerhin noch nicht gestorben. Mein Vengeon da ist eventuell. Ähm. War das denn das? Ja. Was? Ja, das ist irgendwie aus Richtung Süden. Sie kommen über das Dach. Wieso kommen die über das Dach? Ne, die wollen über das Dach. Aber... Aber haben wir schon... Ja, der Hund ist tot hier unten. Geht das verratet? Die sind jetzt hier unten. Ich sehe jetzt hier nichts. Ne, ne. Die sind hier oben. Okay. Die sollte von der anderen Seite vielleicht noch eine Leiter anbauen. Fällt mir gerade so auf. Von der anderen Seite? Hilf mir. Achso, von unserer Seite, dass wir hier oben dann rauf gehen können, um zur Not zu klären. Alle klar? Machen wir noch mal eine Leiter? Ja. Gut, wenn sie das hier sind. Aber sie sind eh tot, glaube ich jetzt, ja. Schwere nichts mehr. Ich schwere nichts mehr. Kann ich hier mal kurz die Grain-Alkohol-Produktion mal kurz anhalten? Also nicht wirklich. Im Endeffekt könntest du jetzt nur noch ein Feuer machen. Gut, ich habe sie jetzt angehalten. Ist das ein Asi? Ja, okay. Super. Was denn? Nö, ist schon okay. Was weiß alles? Wieso war ein Hund dabei? Kommen die auch mal einfach so in der Nacht? Ist mir neu. Ist mir komplett neu. Ja. Da hinten ist noch ein Kriecher. Und aus Richtung Osten kommen noch mal ein paar herant. Ja, die werden jetzt natürlich auch durch unser Anfeuern hier natürlich auch ein bisschen angelockt, ne? Ja, aber wie... Vielleicht haben wir auch noch den einen oder anderen mitgebracht von unserer Tour. Was sagt eigentlich der Zeiteisen? Jetzt sagt 28 Minuten wahre Pracht. Wahre Pracht. Ist es gleich schon wieder zu Ende? Es ist quasi schon wieder zu Ende, ja. Ach man, schade. Wir müssen jetzt... Da kommt noch ein Spider... Drei Spiders kommen. Aus Richtung Südwesten. Okay. Kriegst du das alleine hin oder... Ja, nur zwei Spider. Ein Spider. Äh... Der Grill ist weg. Nee. Nee, den Grill hat er da ins... Ach nee. ... hat er ins Essen gepackt. Nee, ich habe gerade... Alles gut. Okay, Spiders sind weg. Tja, na gut. Na gut, meine Damen und Herren. Ihr seht, Tag 7 wurde... ... ganz klar überlebt. Ohne irgendwelche Probleme. Durch... ... mich. Entschuldigung, weißt du, Sturm. Musst du noch mal wehen, es tut mir leid. Mhm. Gucken wir mal das Scoreboard. Ja. Ja. Ganz eindeutig. Das ist eine Eins bei Schröber. Genau. Das wird uns jetzt sehr nerven. Und, äh... Ich darf... Ich darf mir gleich wieder was anhören. Deswegen werden wir jetzt hier sagen... Schönen Dank für's Zuschauen. Ähm... Und heute diskutieren wir über was nochmal? Wissen wir das schon wieder? Nee, hatten wir. Hatten wir noch nicht erklärt. Hatten wir noch nicht erklärt? Nee, wir waren, äh... Pfff... Aha. Okay. Ähm... Spiele. Ja. Das ist eine coole See. Vielleicht könnte man auch so ne, äh... Oldschool-Reihe mal ins Leben rufen. Das wäre auch ganz witzig, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Spielen wir beide, äh... GoldenEye. GoldenEye. James Board GoldenEye. Großartige Idee, genau. Ah. Das war noch ne Zeit. Gut. Lassen wir das. Lassen wir das. Ja, genau das schweigen in, äh... ... der Vergangenheit. Schreibt was drin. Lasst euch was einfallen. Genau, lasst euch mal was einfallen. Ich mach übrigens die Horde hier alleine fertig, aber das geht wohl eh, Mario. Nee, mach mal. Ist das echt ne Horde, oder? Naja, von hier kommt schon ein kleines Hörtchen jetzt, mit ein bisschen Hunden und so. Ähm... Ich bin doch mal ein bisschen Kontext. Wo bist du denn? Oben, oder? Ich bin oben, ja. Aha. Juh, die Absicherung steht ja jetzt, ne? Ja, ja, ich bin ja. Ich hab auch keine Angst, äh... Aber es sind schon ein paar Hunde, ja. Du kannst durch die Horde gehen, oder? Ja, aber warum? Warum? Die werden ja eh... Die sterben doch eh. Ich frag mich jetzt, wo die herkommen, ehrlich gesagt. Okay. Na gut, ich glaub, die machen wir noch schnell fertig, ja. Guck mal da hinten. Das ist ja nett. Ja. Ach, einfach mal hinhalten hier, mit der Armbrust. Du musst dir überhaupt nicht nachzudenken. Nee, den triffst du auf jeden Fall, ja. Der trifft sicher gut bei mir, hä 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 hä. So. Gut, dann machen wir die schnell noch fertig. Ja, ja, machen wir noch. Aber auch viel hier bei uns, ne? Jetzt sind nicht wenig. Jetzt sind auf jeden Fall nicht wenig. Ich hab noch 35 Schuss, reicht für... 60 Zombies, ja. Die reicht nicht, die kauen nämlich auch so schön daneben. Sind wir jetzt noch im Hunde dabei, oder nicht? Nee, da kommt jetzt nur Schmör, ne. Ah, so ne Schriftlinde, lobe ich mir wirklich. Ist auch ein schönes Bild, so in den Sonnenuntergang. Reinballern. Oh, da kommen noch mal zwei Hunde. Jut, das ist noch nicht nach unten, Jungen. Ich hab mich jetzt geärgert. Die fällt so ja noch ins Gras, ihr Bissen. Das wär jetzt bitter, ne? Ja, das wär echt bitter. Stell dir mal vor, also in Wirklichkeit würden wir dieses Gespräch auch führen, wirst du, nur halt ohne das Graswissen. Ja, vielleicht wird's jetzt nicht so lässig, ne? Also wenn... Na doch, wenn die Basis so steht, wie sie steht. Ja, natürlich. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, in der Alpha 11, dass wir denn erst Strom brauchen, um eine Kettensäge zu betreiben, damit wir Emot-Plans machen können, dass wir überhaupt erstmal ausbauen können? War furchtbar. Ist doch super. Ja, auf jeden Fall. Ey, man müsste aber noch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Freiheiten haben, sag ich jetzt mal. Also im Sinne von... Im Sinne von? Ja, dass du ein paar Sachen selber erfinden kannst, oder selber entdecken kannst, oder so. Okay. Wenn du sagst, du hättest ja eine Tür, die sich öffnet, wenn du über diesen Schalter läufst, dann, dass du das bauen kannst, einfach so, weißt du? Ah, ja, 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 okay. Ja, gut Idee, auf jeden Fall. Ja, das wär cool, ja. Ja, die hören nicht mehr auf mich. Nee? Ja, nee, ich hab mal gesagt, dass ich Serentipity kenne, und dann seitdem... Ja, und sie sagt, oh nee, komm, wir auf. Lass es. Hier, hau ab. Fleisch, wie auch immer. Die sind ja gemein zu dir. Na ja, na ja, danke, danke. Ich hab aber, ich kenne auch mal hier den Schröber und so, wir waren richtig gut hier, wir waren Let's Play und so. Macht schon Spaß hier auch. Ah, nee, komm, sagt er. Sagt er, auf Deutsch, sagt er, sagt, nee. Lass mal sein. Lass mal sein. So, Schröber. Mitten haben wir noch eine Biene, aber ich glaube, das war es jetzt. Also 34 Minuten für eine, äh, doch... Ah, jetzt, ich wollte schon sagen. 130 kitts vorne, ey, du alter Schlitzer. Oh, da hätt's aber richtig eh nachherlich, ja. Oh, da hätt's richtig eh in Ringe, Ringe zämmert. Hier, wir verneigen uns vor dem großen Meister. Ja, er ist der beste, er ist der größte. Ich hab hier nicht mit F3 geworden, Lette. Ich hab Essen gemacht, komm mit. Oh, Furcherknopf. Wir essen noch was. Komm, wir essen noch was zum Abschluss. Furcherknopf, nein, 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 nein. Jetzt ist er wieder da. Wir essen noch was zum Abschluss. Okay. Ich komme. Was essen wir denn jetzt? Da kommt die nächste Horde. Dann guck einmal noch ganz kurz hier in die Essenskiste rein. Hat er tatsächlich mindestens du gemacht? Hol den, hauen die rein, mein Freund. Komm, nochmal Stößchen 3. Ja, danke. Geil. Direkt wieder hier Stamina increased und alles. Das wird gut. Meine Damen und Herren, danke für's Zuschauen. Jetzt ist aber auch mal gut. Irgendwann ist auch der beste Spaß nicht mehr mit sich. Ich wünsch euch was. Bis nachher oder so. Morgen, je nachdem, wie lange die Folge noch geht. Tschüss, haut rein. Tschüss.